Guck! Erforschung! Hast du? Hast du jetzt? Was hat der Vater gesagt? Ja, da steht, bei mir hat das auch erst was gekostet, dann habe ich... äh, stand da Bibliothek hinzufügen, dann habe ich das gemacht, auf einmal lädt das. Wer? Wer was? Na, wer gefragt ist hat. Hahaha! 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 Mama, Mama criminal! Mama, Mama criminal! Aua! Hast du den Tren? Hast du? Isoliert das gerade bei dir. Okay, und wie lange braucht das? Wenn du kein Spiel spielst? Aber spiel so lange kein Spiel, okay? Guck mir einfach auf Handy zu. Was? Nee, erst in acht Tagen, glaube ich. Jay, ich darf heute Nacht durchmachen, ne? Was? Nur? Nur 35 Minuten. Ist richtig gut. Kannst du, kannst du, äh, Dings? Gucken? Was löschst du? Welche? Was? Fick dich doch! Hau! Hau! Schwung い Mann 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 Gen Derek Ihr Zitronen 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 Da starte ich erst Ist gut Aber geschahs nicht auf PS4 sonsticiones soll es länger Nee, Drew Da die game Dreh, guck mal ein bisschen den Stream an! Dreh, guck mal langsam auf mein Geschosswetter schön! Ich hab eh gedrückt, ich hab wohl gerade gesehen. Das war die Ritter gehäten, denn das war die schlechteste Reine, die Wäsche sind. Ich hab die Eiligungsstelle in Vorzeit und auch die Wäsche sind. Ich hab die Eiligungsstelle in Vorzeit und auch die Wäsche sind. Ich hab die Eiligungsstelle in die Wäsche sind. Warum geht das immer länger? Warum geht das immer länger? Warum geht das immer länger? Hast du getestet? Hast du getestet? Warum geht das immer länger? Na, hab ich den Papa endlich gesagt? Nein, ich traue mich nicht, aber ich habe mir was gemacht, das gebe ich noch mal gleich. Ja, dann gib ihm das mal. Papa? Ja, was ist das? Hey, was denn? Ich habe den Saal schon klar gerüttelt. Ja, okay, dann lieber nicht. Was denn? Ja, hast du es dir Papa endlich gemacht? Ich habe den selbst gemacht, das ist der Fall. Noel, äh, Noel Müller. Machen wir bitte TikTok aus. Ehe so nicht. Hallo? Oh, Alter. Machen wir bitte TikTok oder lass, lass. Oh, Alter. Hä? So, wir haben wieder ruhig. Okay. Guck, wird geladen. Machen wir Ticker raus. Nee? Echt? Echt? Oh, mein Gott. Ticker. Ja, bin ich. Oh, mein Gott. ähm was okay er startet also aktuell ich bin erst level 4 und naja eigentlich so ja farm war ich habe nichts mann im siehst du ich habe nichts mehr nehmen also ich habe ich habe nur meine rüstung von früher ich habe nur für meine rüstung von früher die behaltet man aber die farmsachen die man gefahren hat hat man nicht behalten ja einfach gekraftet auch wenn die hier in deinen hauptquartier einkommen dann hast du das nicht mehr das ist nicht doch digga was mit den digga ja sind das außer der hier dieser lappen mann dieser huelen so fack mich ab digga ja weil er dumm ist weil er weil er denkt ich hab's darf nur weil ich die rüstung habe da da ähm man muss ich, warte, das kann ich gleich zeigen, wenn ich ein bisschen gefankt habe, aber Base baue ich noch nicht, weil das ist erst, Junge, guck mal, er hat schon alles, Digga, guck seine Hustung an, Alter. So, Joel, ich zeig, ich zeig jetzt mal, ähm, ja, wo man, warte mal, Feuerstein war hier. Guck, zum Beispiel hier, kann man sich Schwerter craften, so, die Äxte, hier Hammer, hier Bogen, hier kann man sich Rüst umklaufen, halt und, warte, hier kann man Getränke kaufen, so, die Zeit sind, hier können wir, oder? so, hier, hier... so, hier sind wir, nachher, hier sind wir nicht, hier sind die蛋, hier sind wir, hier sind wir, die蛋en sind wir, hier sind wir, direkt feststellen mit der Bogen hier sind wir, die, cof schweig, hier sind wir, thing sie nicht, hier sind wir, ja. ein anderes Schwerter, richtig dreckiger was dann ja wo du spielst du treib aufs mingad schweiz aufs mingad hast du nicht dass du in deinem spiel komm an meinen stream dann bist du sehen kommst du holst auch Rob ja wir sind zu fünft ja wie zu fünft wie sehen sie noch ja Kollegen halt ne wie hält sie kennst du nicht sag mal die ganze Bumbe hm äh die kennst du nicht sag doch einfach kennst du Leon ne ne ja und halt Patrick ja warte ich kann nicht die im gehen namen sagen befehl boh das ey turnfisch ja machste mit uns wir haben schon ein pfeifer lernt ernsthaft komm mit uns die jahre der ein paar dies fand übel vier jungen der fand sieben stunden bis 80 boxen die voll sind. Wer? Ja, der Drill. Junge, ich sagst du formen 1000 Holz, Junge, er formt ein ganzes, äh, das kostet Kiste voller Holz. Drill? Guck, hier kann man, äh, Bausachen. Guck, hier kann man Bausachen. Ja? So, ich will euch mal ein Screenshot schicken von meinen letzten, äh, also, diesen Vibe. Ja, ich noch nicht bereit, ja, aber bald, äh, 20 Uhr. Ja. Drill, wenn es hier ein Game nachts ist, dann ist es übelst geil, weiß wieso? Nein, weil man, weil man Büsse kommt. Büsse kommt. Ja. Nein, nein, die sind ja nicht nackt, einfach, äh. Ey, das war eine Kiste, äh, welche Gruppe? Wie hättest du hier? Ey, Drill, es wird nachts. Ey, Drill, es wird nachts. Das war nur eine Kiste, äh, also, von mir. Ja, äh, äh, ich hab' die Kiste, also, von mir. Ja, äh, ich hab' die Kiste, also, von mir. Nice, warte, ich kann mir gleich hier erst angucken. Guck ich nachher. Drill, hast du gehört? Ja. Jetzt geht, wird nachts, jetzt kommen die Büsse. Also, nur manchmal kommen Büsse, aber, ähm. Ja, okay, halt. Es war nur eine Kiste, wir hatten noch eine Kiste voll verkauft. Nee, nein, die sind mit NG, sorry. Ich sag' LRs oder so, oder? Ja. Ja, Drill, hier sind die Büsse, äh, nicht Büsse, sondern... Kann... Hast du das ne Wache? Nein, die sind schon drin, mach doch tot zu, du Opfer, Digga! Mach doch tot zu, mach doch tot zu! Was ist denn da? Warte, ich guck mal, auch jemand? ... Nee, weil am Verletzern ist halt alles weg, außer deiner Rüstung... ...oder du spielst halt die ganze Zeit durch, bis die hier rankommt. Wenn der hier kaputt ist, der heilige Baum, dann haben die geister also die dinge ich habe einen Monster hier weißt du warum ich das immer noch? hier die forest? nein 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 die forest nicht aber wenn du mein irgendwas machst ne kann man erst mal Bäume fahren ey Drey was ist das? keine Ahnung ähm Zahnfisch ja Drey? guck mal bei mir was ist willst du da mitmachen? ich will eigentlich auf Snow spielen oh ne glaub mir Digger mit uns sind wir 7-8 Mann Tribe was was die wo ich letztes Mal drauf war mit dir und dem anderen Typ nein den kennst du nicht glaub ich da waren wir noch nie drauf also wir beide Bro ich weiß nicht ich hab da ja halt auch nichts gelernt ne? ja aber ich und äh Itachi und Joel haben da was erlernt boah mit Itachi Digger ne das will ich nicht mit Wieso nicht Wieso nicht? nein wie heißt der dann? ich nenn ihn halt Itachi weil er auch Itachi heißt was hast du eigentlich gegen Itachi? nix aber gegen Itachi ja eigentlich wollte ich hier auf dem Server wo mein Kumpel drauf ist spielen um mich zu rächen du bist hier doch spielst du halt besser Digger wir haben so viel erlernt ich hab auch mit dem Europa zu spielen ja und wir auch erlernt aber unser Server ist halt mies gespielt aber unser Server ist halt mies gespielt das scheiße ne man das ist egal ne doch ähm nö kann sie mit Skype pvp und alles machen ja das Spiel wie gesagt glaube ich einfach auf meinem Server hier Digga ja ja dein Ernst? ja wieso nicht mach mit uns ah er kommt auf mein Server nein wir haben dich ja zuerst gefragt äh ich hab zuerst gefragt ja wir haben zwei Farm Leute und den anderen auch nur pvp und alles und dies und das und base und alles ja 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 ich kann heute nicht mit mehr zocken warum warum weil ich meinem Bruder helfen muss vorbei beim Arbeiten und so mein Bruder der ist krank und ich muss helfen mit bei ihm und deswegen kann ich heute nicht zocken die 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 warum hast du denn gerade Party verlassen hm warum hast du denn gerade Party verlassen warum hast du denn da du bist naja ich kann deine ausreden nein ich schmöre es dir ja 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 ich komme aber morgen morgen Digga morgen kann ich auch kaum spielen warum ja weil ich schon mein Vater gehe ja ich muss aber jetzt auch die ganze Zeit ja ich weiß nicht ich weiß nicht es kommt noch an wenn ich arbeite wo wo arbeitest du denn ja ich muss mein Bruder wissen vorbei weil ich am Zimmer die ganze Zeit kapizieren schreib dich auch von und so das ist aber nicht die ganze Zeit Digga keine Ahnung aber ich weiß nicht wie gesagt wir dürfen auch durch machen wo Ich habe einen Schmank, der ich habe einen Schmank, der ich habe einen Schmank. Was ist das? 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 Nein, ne, Boss? Na, Boss, junge Fackel da. Oh, la, Sau, la, Sau, la, Sau, la, Sau. ... ... ... Oh Hey Vielen Dank. 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 Oh my God. 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 Oh my God.